Musik Hey Leute ich bin euer Zanni Ich bin euer Lexi Vom Team Games Club und wir zocken heute Minecraft Ja, Adventure Map Richtig, die zweite Folge und damit die zweite Challenge Die Challenge Desert, in die wir jetzt auch gleich reingehen Du willst rein, ich teleportier mich, ne? Ja, Challenge Rainbow hatten wir bereits geschafft So You may get out of here But you have Was, but you have to jump on Cacti? Achso, Cactus Oh Warte kurz X, I, X X, I, X Zanni X, I, X Bestätigen So Warte Erstmal, ich glaube, also wir müssen auf die Cactus zu sprengen, ja Ja Ich würde dazu goldene Äpfel schwerstens empfehlen Ach, scheiß drauf Das Problem an der Sache ist nur Dass man Dadurch, dass man Damage kriegt, halt ziemlich verwirrt wird Ich hab ein Trick, aber ich hab da ne Idee Strike! Ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Okay Achso, wir sind jetzt hier, warte, Slash Ja, ich muss trotzdem mal eingeben Slash Tp Ähm X, I, X Zanni X, I, ja X Ähm Äh, wartet mal kurz Oh, der Zanni wird angerufen Ja, so X, I, I X, I, X Zanni X, I, I, X X, I, X Lexi X, I Oh, bin ich ja heute zu dumm zum schreiben, so So, jetzt machst du's aber nochmal, ne? Ja, klar Ey, hast du, ähm Nein, hab ich nicht Ist es bei dir so, dass deine Herzen unten, dass die so hüpfen? Ja, das ist, wenn du goldene Apfel gegessen hast Keinen goldenen Apfel gegessen Wer weiß Vielleicht hab ich ihn dir unter die Nase geschoben und einfach in den Mund rein, während du geschlafen hast Ja, genau Oh, das ist doch unmöglich Pass auf, ich hab nen Trick Warte, geh auf einen Kaktus und warte, bis du zweimal Damage gekriegt hast Und dann hilf auf den nächsten Das hat bei mir geklappt Ja, jetzt hab ich dreimal Damage bekommen Ja, man muss halt warten, ne? Ey Guck dir Zanni mal zu Ich guck dir doch mal zu Wui Ey, Alter, wenn ich jetzt so Pfeil und Pogen hätte, würde ich abschießen Ja, nein Aua Tut weh Ach, die Map mag ich schon jetzt nicht Ja, du bist ja viel zu doof dafür Nein, das ist einfach scheiße, die Map Ja, komm, 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 komm Ja Okay, warte Game Mode 0 Machen wir, ja genau Achso, also es ist quasi Checkpoint, ne? Ja Loll Hatte ich schon leck Grosche Nein, oh Mann, ich war auf dem letzten Kaktus 1, 2 1, 2 Ah Vor allem überall hat man nur Damage Loll Ich hab nen Zaun gar nicht an, wa? Eigentlich schon 1, 2 1, 2 Oh, ich jetzt auch 1, 2 1, 2 Oh, ich hab ja noch Surround Sound drin Oh Gott 1, 2 Nein Oh, fuck Ach, Groschdorf hier schon wieder Geh weg da Jetzt fängt die Map auch an, Spaß zu machen Ja, ne? Loll, ich kann mich nicht an 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ja Oh, ne Ja, jetzt musst du das doch schaffen, ne? Loll Hast du noch ein paar goldene Äpfel? Für dich nicht Ach, komm Wie mach ich hier so voll die geile Kameraführung? Okay Gib mir mal bitte einen goldenen Äpfel Einen? Okay Ne, ein paar Ja, warte Hast du einen Stick? Ja Slash Oh, danke Game Mode 0 So, warte, du müsstest nur kurz einstellen So Wenn Ich kann nicht äh... Kennen Muss man... Wir müssen nach da hinten, ne? Zu diesen komischen Treppen da, oder? 1, 2 Loll 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ah! Grosch, grosch, grosch Loll, hab ich drei 1, 2 1, 2 1, 2 jetzt der zwei der mit strick funktioniert ja aber bei den letzten ist das schluss da habe ich mich von der damen also von der dieses klicken verzählt ich habe dann immer den ersten jump da kann okay jetzt die konzentration langsam ich krieg ich krieg mir hat mal da ich krieg ein kaktus ach so ich muss auch von hier los springen 1 2 das hat nicht viel geändert also bezüglich des ersten jammt schon aber 1 2 1 2 1 2 ja ich habe geschafft scheiße das kann jetzt noch lange dauern natürlich kann das noch lange dauern muss aber nicht das ist so lustig wenn du du kriegst da von dem letzten kaktus in der mensch ich gebe den tipp warte doch mal auf einem kaktus ab und ist einen goldenen apfel oder so stimmt jetzt habe ich das gemacht lol hast du mich geschlagen nein wirklich nicht warte mal kurz nein 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 ich mache die challenge jetzt selber nochmal weil mir langweilig ist null sonst äh porte dich doch einfach zu mir nö ok ich hab's ok warte ich porte dich zu dir ich war ja ich porte mich zu dir ich war ja schon da ne äh was wie wo sind wir jetzt schon hier hinten ja naja das kann nicht weiter schwer sein lol ich bring da immer in einem zug durch lol hast du es geschafft ja ja warte ich komm beim ersten versuch ja warte ich kenne das ja eigentlich ja ja ne ihr könnt dem lexi zugucken wie er abfällt und ich muss eben noch ein telefonat machen ähm lol 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 gesundheit danke ich hasse mich so ich bin wieder anwesend ich mach das jetzt ich will hier nicht ich mach das noch random christian ans ans of fat how did you come here i close my eyes and i came here i jumped via cacti and since i don't reach the roof i destroyed the sandwich block it and i put on my soup superman's right and flow to this place i jumped via the cacti cacti ok was we did it hey super und hast du den key ach so ja jetzt musst du es da reinschmeißen den key und der so genau so jetzt geh mal in eis rein in der nächsten folge ja in der nächsten folge du musst dir das merken wir machen pro folge eine challenge egal wie lange es dauert ja ok ok dann sehen wir uns wieder in der nächsten challenge oder lexi verabschiedet euch mal wir sehen uns in der nächsten challenge knallt die weibe auf der straße und habt viel spaß tschüss so war das nicht gemeint aber tschüss so war das nicht gemeint aber tschüss